Hallo und willkommen zum nächsten Part von Minecraft. Und ja, im letzten Part konnte ich nur ganz, ganz kurz aufnehmen, weil der Speicher leider allerdings voll war. Aber jetzt habe ich wieder einen jetzt gelöscht, jetzt kann ich wieder weitermachen. Und ja, ich habe jetzt reichlich an Stoffen gesammelt, nur noch keine weiteren Diamanten. Bis jetzt habe ich nur zwei Diamanten gekriegt und die habe ich für das Diamantschwert benutzt. Ja. Oh, ich sollte mich beeilen, ich sollte mich beeilen. Schneller, Wolf, schneller. Lauf, lauf, lauf! Lauf, Wolf, lauf, lauf, lauf. Schnell. Keine Hilfe. Los, 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 los. Wolf! Dann bleibt er halt draußen. Ja, jetzt will er rein, jetzt will er rein. Los, komm rein. Der bleibt da draußen, ey, wenn du die ganze Zeit... Hä? Ich gehe nicht wegen dir raus. Das reale Ratsum brauche ich erst mal gar nicht. Da habe ich so viel von. Ja, ich kann auch ein bisschen... Oh, mein Gold ist schon fertig. Also ich habe reichlich an Gold. Ich mache mir direkt mal eine Goldrüstung. Goldschuhe. Nein. Goldschuhe. Und wie ging noch meine Hose? Ich glaube so. Nee. Ah nee, so ging eine Leiter, eine Goldleiter. Nee. Kurzer Cut. So, Leute, jetzt haben wir sie, die Goldhose. Und auch die werden wir uns anziehen. Jetzt haben wir eine Gold-Eisen-Russung. Sieht aber eigentlich ganz hübsch aus. Oh, Mann, ich dachte gerade, der Wolf ist... Hä? Das ist ja ganz lustig, als ob der drüben Ende am Ende ist. Tut der Wolf ein bisschen leid, dass er jetzt da unten, dass er jetzt da draußen wartet. Aber selber schuld. Was wartet der da auch die ganze Zeit? Denkt er, ich hole ihn? Ich hole mir direkt noch ein bisschen Glas, weil ich will an dieser Seite auch einen Zugriff auf diese... auf dieses... auf dieses... auf dieses Dings auch. Ja, ich bin vorsichtig. Ich will das... Ich... Das muss man sehen können. Nicht, dass da Creeper warten. Und das da sieht auch... Das sieht aus. Dann mache ich auch Glas hin. Ich habe ganz schön viel Glas in deinem Haus. Das muss man auch sagen. Okay, hier sind ganz viele Creeper, sehe ich gerade. Nein, Wolf, bleib hier sitzen, bleib hier sitzen. Die sind gefährlich. Ganz viele Creeper sind hier gerade. Ja, oh nein, da ist einer. Ein Creeper. Ja, er kommt, er kommt, er kommt. Vorsicht, nein, ich darf ihn nicht zum Wolf locken. Da hast du es. Nein, nicht explodieren. Ich muss explodieren. Hat dich. Vorsicht, nicht, dass sie noch irgendwelche lauern. Meistens ist es so, wenn ich gegen einen Creeper kämpfe, dann habe ich den gerade besiegt, aber währenddessen steht schon einer, ein weiterer hinter mir. Hinter das immer noch. Kommt der schon? Aber irgendwie sieht der niedlich aus. Irgendwas niedliches hat er. Hat er Ansicht. Das sieht ganz niedlich aus, irgendwie. Hm. Was habe ich? Ach, ich habe noch genug Steaks. Und da unten ist ein Zombie. Ich habe da gerade, glaube ich, ein Creeper verschwenden. Oder? Ja, das war kein Creeper. Aber ich töte den Zombie mal. Vielleicht habe ich Glück und er droppeden irgendwas Cooles. Tod ist er. Ich muss echt aufpassen. Weil hier im hohen Gras, besonders bei der Savanne, ist morgens immer ein bisschen gefährlich. Weil da merkt man immer nie, wenn ein Creeper kommt. Ach, du Scheiße. Ach, ich bin raus. Ja. Äh. Ja, was wollen wir jetzt noch machen? Also. Ja, ich habe eigentlich das ganze Richtige in meinem Kopf schon erledigt. Ich habe ein Diamantschwert. Aber ich muss noch ein bisschen die Welt erkunden. Ich muss mal mutig sein und vielleicht auch ein bisschen weiter weg von zu Hause sein. und vielleicht auch mal für ein paar Nächte und dass ich vielleicht in einem Dorf übernachte oder so. Oder mir einfach ein Bett schlafe und dann da frei auf der Wiese schlafe. Weil das reicht nicht. Ich kann nicht das ganze Let's Play in diesem kleinen Bereich hier drehen. Das ist zu langweilig. Also ich gucke mal. Aber ich überlege es mir noch. Ich weiß es noch nicht. Ob ich das mache. Ich gucke mal. Vielleicht finde ich ja sogar noch einen Wolfsgefährten für meinen Wolf. Apropos, der Wolf, der sitzt ja ja ganz alleine vor dem Haus. Den habe ich ja sitzen lassen. So, wo war nochmal dieses Gebiet, wo ich die Wolfe gefunden habe? Ich glaube, hier hatte ich doch meinen Wolf gefunden. Der war doch unter so einem Wolfsrudel. Oh nein, nicht in den dichten Wald. Hier sind so viele... Hier ist es so dunkel. Hier können überall Creeper lauern. Warte, nee, da habe ich den nicht gefunden. Ich bin hier lang gerannt, ne? Und dann... Dann habe ich hier doch irgendwie sowas gefunden. Ich weiß das echt nicht mehr, Leute. Ja, ich bin hier rumgerannt. Ja, genau. Dann war hier dieser Wald und dann bin ich links gegangen und da habe ich dann dieses Wolfsrudel am Ufer gefunden. Ich weiß das noch ganz genau. Ich gucke mal meine Videos. Ja, genau sofort. Ich bin sofort ein. Wie viele Knochen habe ich dann? Zwei. Okay, das könnte reichen. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Nee, doch nicht. Mist. Schade. Ja, okay. Ja, aber ist ja nicht so tragisch. Ich habe schon einen Wolf. Ich war noch ein bisschen weiter weg von hier. Ist ja noch früh. Ich gucke mir das hier erst mal alles an. Was ist das hier? Es ist halt so, als wäre ich sogar... Ich gucke meine Karte mal an. Sieht es so aus, wie ich es war? Wie ich denke? Ja, genau. Wir sind direkt... Wir lebten die ganze Zeit am Rand der Minecraft-Welt. Das wusste ich gar nicht. Die ganze Zeit über lebten wir am Rand von der Minecraft-Welt. Warte mal, aber ich habe ja immer nur diesen Bereich erkundet. Was ist mit dem da? Tut mir übrigens leid, dass ich gestern kein Video drehen konnte. Und auch vorgestern nicht. Aber da hatte ich keine Zeit. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen was erkunden. Oh, Aua. Ist aber echt ein weiter Weg, immer. Nervt mich? Vor allem, euch langweilt das ja bestimmt auch. Die ganze Zeit nur zuzugucken, wie ich hier rumreine. Und es wird schon mal dunkel. Leute, wisst ihr was? Ich mache jetzt direkt... Ich mache jetzt direkt mal das klassische Craftling aus. Weil ich kenne mich damit irgendwie besser aus. Wenn man das Ganze mal so vor sich hat. Wisst ihr? Wobei, da habe ich ja auch schon erkundet. Da war, glaube ich, auch so ein Rand. Komm ein. Was können wir machen? Das Gold schmelzt sich mal im Ofen. So, jetzt wollte ich mich besser auskennen. Dann kann ich ja auch erstmal gucken, was ich überhaupt kraften kann. Eine Schere. Das ist doch schon mal gut. Schüssel, ja, die ist auch gut. Und eine Druckplatte. Die, ja, eine Druckplatte ist wichtig. Die hole ich. Die will nicht. Nein, die oberhalte ich da. Der Schnellzug aufs Neck. Oh nein, mein Wolf. Der könnte ja immer aus Versehen auf diese Druckplatte kommen. Aber nee, ich glaube das mir nicht, wenn er sitzt. Und das wird er nicht. Wobei, nee, das ist blöd, wenn ich hier dann stehe. Ich versetze meine Werkpack und meinen Ofen mal. Ja, mache ich. Warte, warte, warte. Wo habe ich jetzt für die Platz? Ja, hier. Und hier. Da. Ich werde mein Haus sowieso bald mal renovieren müssen, weil das ist hier viel zu klein. Vor allem, wenn ich bald zwei Wölfe vielleicht habe, dann wird das doch nie und nicht mal reichen. Ja, ähm. Warte, warte, ich stehe hier mal so eingehängt. Ja, ich werde mir auf jeden Fall sowas machen müssen. Ja, das ist gut, das liebe ich. Oh, Goldklumpen kann ich mit Kraft nehmen. Das ist auch gut, das ist auch gut. Bruno ist cool. Ja, aber ist doch eigentlich gut. so, ich lege mich jetzt schlafen und dann würde ich nur sagen bis zum nächsten Part und ciao